Herzlich willkommen bei WomoTip Rodis Reise. Heute zeige ich euch mal ein ganz anderes Video, nämlich Fahrtimpressionen von Mazaron nach Puerto de Mazaron, Bahia und Bol Nuevo. Ich werde also eine ganze Menge nur an Fahrteindrücken in Echtzeit zeigen, dann einblenden was man da jeweils sehen kann. Lasst euch einfach ein bisschen inspirieren. Ich nehme euch mal mit an der Küste von Puerto de Mazaron entlang. Ich bin Doc Bis zum nächsten Mal. 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 Es ist unfassbar. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.